Selbstständige und Unternehmer stehen immer unter Dampf. Sie sind der Motor des geschäftlichen Erfolgs und der Mittelpunkt des Unternehmens. Sie verhandeln mit Geschäftspartnern, führen ihre Mitarbeiter, sind kreativ und belastbar. Gerade in kleinen Betrieben, aber auch in Praxen, Kanzleien und Büros kann der Auswahl des Chefs oder eines leitenden Angestellten den gesamten Betrieb lahmlegen. Eine Gefahr, die häufig unterschätzt wird. Was ist, wenn die Gesundheit den Chef oder die Führungskraft plötzlich im Stich lässt? Zivilisationskrankheiten nehmen ständig zu. Die Wahrscheinlichkeit, durch eine schwere Krankheit aus dem Tritt zu geraten, wächst. Jedes Jahr gibt es in Deutschland rund eine Million Neuerkrankungen allein an Schlaganfall, Herzinfarkt und Krebs. So viele wie zum Beispiel eine Metropole wie Köln Einwohner hat. Jahr für Jahr in Deutschland 200.000 Schlaganfälle, 340.000 Herzinfarkte und 424.000 neue Krebserkrankungen. Rund eine Million überraschend eintretende schwere Krankheiten. Vor Krankheit kann sich niemand schützen, vor den finanziellen Folgen schon. Perikon ist die Vorsorgelösung. Bei 50 verschiedenen fest definierten schweren Krankheiten bietet die GOTA finanzielle Hilfe durch eine Kapitalzahlung. Die Absicherung von Führungskräften bietet zudem Planungssicherheit. Dabei bestimmt der Unternehmer, wofür das Geld eingesetzt wird. Zum Beispiel, um kurzfristig eine Vertretung zu organisieren und einzuarbeiten oder um Liquiditätsausfälle auszugleichen. Darüber hinaus ist GOTA Perikon als arbeitgeberfinanzierte Zusatzleistung in Zeiten von Fachkräftemangel ein ideales Instrument, um Mitarbeiter zu binden oder zu gewinnen. In diesem Fall erhält der Mitarbeiter die Leistung zur freien Verfügung und kann zum Beispiel Umbaumaßnahmen finanzieren oder eine berufliche Auszeit nehmen. Umfragen beweisen, dass solche Zusatzleistungen des Arbeitgebers für Arbeitnehmer bei der Auswahl des Jobs immer mehr an Bedeutung gewinnen. Perikon ist die optimale Vorsorge, sollte der Fall der Fälle eintreten. Wenn er nicht eintritt, besteht die Chance auf ein Vorguthaben. Perikon bietet finanzielle Absicherung bei 50 schweren Krankheiten, ist interessant für Unternehmer, Freiberufler und Schlüsselkräfte, außerdem ideal zur Mitarbeiterbindung und es gibt die Chance auf Auszahlung eines Fondsguthabens. Das alles bietet nur die GOTA als einziger deutscher Anbieter. 보충 ist das es in einer freien Arbeitgeber.